oder aber auch hallo leute hier ist wieder groß und hier ein kleines ich hoffe kleines kurzes tutorial zum thema klickt im fusion und zwar wenn ich ein android game machen möchte ich habe mir jetzt bei steam ich habe mir jetzt bei steam die des android kit dazu gekauft um ein game zu machen was ich auch hier schon gemacht habe das ganze nennt sich lügenmax lügenmax kennt man denke ich mal wenn ich dazu gibt es dann noch ein video demnächst und dieses spiel habe ich gemacht als windows application habe mir gedacht okay ich hätte es gerne jetzt für die androids da wird es auch demnächst noch eine version davon geben mit richtiger grafik nicht mit bezeichneter sondern mit fotografen so jetzt bin ich also hingegangen haben wir dann dieses android package geholt und bin auf mehrere fehler gestoßen und falls euch das auch so geht dafür mache ich jetzt dieses kleine tutorial video so zuerst mal wenn ihr so eine applikation erstellt haben es geht durch so wie mir und ihr sagt okay das gefällt mir ich würde es jetzt auch als android machen könnt ihr schon mal knicken ihr müsst das ganze neu machen so irgendwie hat das programm schwierigkeiten damit das ganze dann sonst zu starten und gescheit zu packen und im emulator auszuführen also meine empfehlung ist fangt gleich an mit android also wenn ihr jetzt hier hingeht und sagt okay wir machen ein neues projekt und abbrechen warum hier so und haben jetzt hier eine neue application und dann solltet ihr direkt hingehen und soll direkt sagen okay das gibt eine android app so das war schon mal der erste schritt dann solltet ihr auch direkt die fenstergröße festlegen und zwar habe ich jetzt diese hier genommen so jetzt muss natürlich auch hier sagen moment muss natürlich im applikationsfenster sagen ich möchte gerne hier diese größe haben das war schon mal der erste schritt jetzt haben wir das schon mal alles in der richtigen größe jetzt kommen wir zum nächsten punkt jetzt gehen wir nämlich auf die android einstellungen jetzt ist es ja so dass man sagt okay ich möchte das ganze hier jetzt als in der es gibt ja so ein android emulator für den pc und ich möchte mir das ganze darauf jetzt mal angucken habe ich auch gemacht das problem ist manchmal hat er ein bisschen herum gespackt android emulator habt ihr wenn ihr auf jeden fall dass java sdk habt also ihr braucht einmal das java sdk und das java jdk brauchen wir sowieso und wenn ihr das habt da ist auch diese android emulator dabei so und jetzt gehen wir mal hinten auf die android options dann sagen wir mal da was dazu hier hinten package name also das könnt ihr so benennen wie ihr wollt punkt com punkt your company ich mach das mal ein bisschen größer sondern da sieht man es besser punkt com punkt your company punkt your application also hier quasi soft und max max so api 14 das ist ganz wichtig dass ihr in eurem emulator so dazu so zeige ich gleich wie das funktioniert dass sie im emulator auch das richtige auch 14 drin habt so dann haben wir hier target minimum android oder target wir wollen natürlich ein relativ aktuelle handy version haben dann kommen wir zum nächsten euro application brauchen jetzt nicht sondern aber hier testing options internal storage da könnt ihr also auswählen ob internal interne speicher oder sdkarte so und hier wenn wir jetzt auf emulator klicken und dann kommt jetzt hier können wir jetzt auswählen bei mir war das ganze leer ich konnte jetzt entweder auswählen neu oder test das ganze musste ich mir erstellen hier steht auch to open the android emulator select a virtual device and click the run button you can create new virtual devices in the android sdk manager genau da musste ich reingehen in den android sdk manager und das ganze habe ich bei mir über eclipse gemacht und da springe ich jetzt gerade mal rein und zeige euch das so also hier bin ich jetzt im eclipse und hier oben ist der android sdk manager und auf diesen habe ich drauf geklickt und habe mir hier dann ein neues angelegt also wenn ich jetzt hier sage create nehmen wir mal hier ein neu neu und dann sagen wir die weiß dann nehme ich das nexus 7 nämlich mal habe ich bei den anderen auch gehabt und dann hier steht das api 16 hier die auflösung könnt ihr euch auch merken also 800 x 1280 kann man sich merken für das erstellen der apps so hardware keyboard präsent das ist nicht so wichtig skin habe ich hier hardware ausgewählt von camera non es sei denn ihr braucht die kamera dann kann man natürlich emulated oder die web kümmern hier unten steht auch schon sollte man nach möglichkeit nicht über 768 sein dann kann man auch sagen 600 dann internes deutsch wie viel megabyte 200 und die sdkarte die simuliert wird da sagen wir mal 500 megabyte und dann sage ich ok und schon habe ich hier ein neues device so dann mache ich eclipse wieder zu und gehe wieder zurück zu klickteam so hier sind wir wieder ein klickteam und wenn ich jetzt auf emulator gehe dann seht ihr nichts doch hier ist er also hier ist jetzt auch mein neu neu den ich eben erstellt habe ist jetzt auch dabei gut das ging bei mir am anfang ich habe hier also auf emulator gedrückt und dann war hier nichts drin ich hatte noch kein virtual device erstellt ok jetzt habe ich einstellt also wenn ich jetzt sage ich nehme neu und gehe dann auf run dann öffnet sich der emulator sozusagen so dass dieses virtuelle handy auf eurem bildschirm und bis ihr damit was machen könnt also es gibt die funktion die ich euch nachher erzähle oder ich sage euch mal kurz mal und zwar ist es run bild und run diese funktion die erst ausführen wenn das handy komplett fertig geladen ist also wenn ihr die auf dem display das rum stehen hat so erst dann das run ausführen und jetzt ist mein ding in zweck view toolbars properties so den habe ich jetzt gerade hier verloren gehabt ok also das war der emulator und den klickt ihr den startet ihr und dann macht ihr run und bild und dann wird praktisch das was ihr hier gemacht habt auf diesem handy angezeigt aber ich sage euch gleich also bei mir ist es so gewesen dass das was auf dem handy hier angezeigt wurde nicht mit dem übereingestimmt hat was nachher auf meinem handy zu sehen war gut ich fange doch gerade erst an ich habe gerade erst heute angefangen und habe also viel viel zeit dafür gebraucht ok dann gehen wir weiter hier kommen wir zum release mode also wenn ihr jetzt den release mode habt dann braucht ihr hier den keystone name also das ist ganz wichtig keystone name keystone password keyname und keypassword das ganze veröffentlichen und dann wollen die natürlich ein bisschen was wissen also ein bisschen was ist wissen ist jetzt also facebook weiß mehr über euch wie die ihr müsst euch einfach da sozusagen eine seriennummer geben lassen und diese muss dann hier eingetragen werden das könnt ihr aber nicht hierüber machen auch dazu braucht ihr wieder eklips und zwar gibt es bei eklips die möglichkeit mal warten bis der vorbei ist das key store tool tool nenne ich es mal also springe ich noch mal in mein anderes eklips ich habe nämlich zwei und zeige euch das da mal so und hier sind wir wieder in meinem anderen eklips programm in meinem original und hier oben habe ich das key tool drinnen und hier unten seht ihr auch schon key tool ok und wenn ihr das nicht habt dann geht ihr auf help install new software so und jetzt müsst ihr hier oben was eintippen von dem ich jetzt gerade nicht mehr weiß was es war ich gucke noch mal gerade nach so also hier ist das was ihr eingeben müsst key tool leerzeichen minus leerzeichen http doppelpunkt doppelt slash key tool punkt source ford punkt net slash update so das müsst ihr eingeben und ich hab's ja schon installiert dann folgt ihr einfach den anweisungen dann installiert ihr das ganze ja und dann müsst ihr euch einen key tool ein neues zertifikat generieren sondern dann könnt ihr hier auf create new key store ein alias name ein passwort der vor und zunahme der name der organisation das ist alles nicht so wichtig da kann dann blablabla blub blub city state province also bei mir in dem fall hessen die länder landeskennzeichnung de für deutschland dann hier wie lange es gültig sein soll nur fünf jahre ist natürlich ein bisschen wenig wenn ihr das ganze länger behalten möchte dann braucht ihr natürlich ein bisschen mehr ja wir können das ja mal gerade machen obwohl ich zeig euch das war nicht ich kann euch so viel sagen da gibt es ein anderes video es ist zwar auf englisch aber da wird es gut gezeigt wie das ganze funktioniert und dann bekommt ihr später einen fingerabdruck und diesen fingerabdruck noch eine developer lizenz das kostet glaube ich auch ein bisschen was ich glaube 25 dollar habe ich jetzt was von gehört so weit bin ich noch nicht das werde ich die nächsten tage auch angehen dass meine app dann auch da erscheint dass man die sich da runterladen kann und jetzt gehen wir aber wieder zurück zu klickteam fluten ja also hier sind wir wenn ihr den haken bei release mode rein macht dann will er das ganze natürlich feine speichern deswegen machen wir den release mode haken raus solange wir das ganze noch am testen sind und so lange das noch keine endgültige version ist die dann später auch in dem store stehen soll muss der haken da nicht rein dann kommen wir zum display haben wir hier einmal center also es wird mittig gemacht adjust windows heißt windows heißt ersetzt es hier oben an oben links in der ecke und zieht das ganze dann auf die größe viel inside black bars also da werden jetzt hier das ganze wenn die auflösung nicht so im handy passt das ganze recht nichts mit schwarzen balken ausgefüllt ich habe jetzt die ganze zeit immer stretch to fill genommen und habe damit eigentlich so die besten ergebnisse erzielt dann haben wir noch eine compression smooth resizing so dann haben wir options menü dazu kann ich euch noch nicht sagen wie das hier funktioniert launch eiken da könnt ihr selber euer eigenes icon machen standardmäßig ist dieses icon ganz normaler grafik editor wie die anderen auch ich habe mir sie die arbeit gemacht und habe mir dann einem mit mühsamen eigenes eiken erstellt und habe dann festgestellt super das kann ich gar nicht benutzen stattdessen einfach dieses ding nehmen und dann könnt ihr hier bilder importieren und habt dann euer eigenes icon so hier unten version code version name also euer handy stellt auch fest ich habe jetzt meine app schon mehrmals installieren jedes mal wenigstens der geht aber da gesagt aha das ist doch schon drauf aktualisieren oder ersetzen gut und hier unten kommen wir dann noch zu den sachen die benutzte hardware zum einen kamera gps oder bluetooth was was will was soll eure app davon benutzen und was für berechtigung soll die app später haben ich habe mir bei mir jetzt ausgewählt die wo kommt es bei brechen und die vibrations funktion habe ich mir ausgewählt und dieses fügt man einfach hinzu ins objekt wenn man jetzt ja haben android object eintrig und im event id wie du sagt wenn spieler 1 maus sommer hier keyboard was anderes wir machen es einfacher zu erklären im moment ich mache jetzt hier insert object nehmen wir alle nehmen wir hier unseren button ansetzen ihren button hin und ihr seht bei der auflösung sieht es hier ein bisschen seltsam aus okay dazu muss ich erst meine properties wieder machen und setzt die wieder hier an die stelle wo es hingehört so und jetzt sagen wir hier erst einmal damit wir das auch gescheit lesen kann machen wir da mal die 20er schrift daraus so jetzt kann man auch lesen und jetzt sage ich im event editor wenn button geklickt wird dann vibrieren und jetzt wie viele millisekunden vibriert werden soll aus zehn millisekunden und sagen okay also dieses zum thema android damit habe ich heute sehr lange verbracht bis ich das alles so rausgefunden habe auch noch ein kleiner tipp von mir ihr werdet wahrscheinlich mit dem wie gesagt der emulator ja es sieht nachher anders aus wie wirklich auf dem handy geht einfach hin macht es auf den emulator guckt euch da schon mal an wie euch das ergebnis da gefällt dann geht ihr hin wenn ihr sagt okay so weit so gut gefällt mir dann sagt ihr bild application dann macht das ganze eine apk datei und diese schickt ihr dann am besten so habe ich das gemacht per mail an euch selbst wenn ihr zwei verschiedene e mail accounts habt und installiert dann die apk datei auf dem handy und probiert so vor ihrem handy aus und wenn ihr die möglichkeit habt auch noch auf den handys von freunden dann soll dies auch noch mal ausprobieren soll sagen wie es bei denen aussieht ob bei denen die grafik irgendwie verzehrt ist oder sonst irgendwas nicht funktioniert bevor ihr das ganze dann veröffentlichen daher dann shitstorm los geht ja und wie gesagt ganz wichtig ist das habe ich jetzt festgestellt wenn ich jetzt hingegangen bin habe jetzt hier gesagt okay diese applikation hat eine auflösung von tube und sagt jetzt später ich möchte das ganze aber geändert haben und habe dann den emulator wieder laufen lassen dann hat der emulator gesagt wenn ihr mein freund hat ja gar nichts mehr gemacht irgendwie hat der es damit in änderung nicht so ich weiß nicht woran das liegt also habe ich dann hier oben einmal mein lügen max das ist sozusagen mein neuer in der neuen auflösung 768 1024 das sieht ganz gut aus und hier ist es noch in der alten auflösung dass es sei jetzt nicht so gut aus wir konnten es lesen aber ja was auch noch interessant ist hier großartig schöne schriften und sowas zu verwenden hat keinen sinn die schriften werden nachher wieder in schriftarten umgewandelt die standard schriftart von eurem handy deswegen bin ich dann dazu übergegangen in meinem neuen und habe mir das hier oben selber gezeichnet weil das nimmt ja auf jeden fall da sieht wenigstens etwas schöner aus ja und das jetzt zum thema android soweit ich hoffe ich habe nichts vergessen ich gehe es noch mal kurz für mich und für euch durch also wichtig ist ihr braucht zuerst müsst ihr euch bei steam oder auf der klickteam seite direkt das android export hier paket nenne ich jetzt einfach mal mir fällt der namen an android exporter pack export pack müsst ihr euch runde laden installieren und dann habt ihr also jetzt diese ganzen verschiedenen android versionen möglichkeiten die es hier gibt freigeschaltet hier bei android das war ja vorher alles nicht da was das alles ist und was das funktioniert kann ich euch noch nicht sagen das habe ich also nicht ausprobiert also dann braucht ihr diesen emulator den macht ihr euch am besten über das eclipse und startet den emulator und sagt dann hier oben wann es den ging und bilden waren und ganz wichtig ist natürlich auch dass ihr bei der applikation hier vorne android einstellen nicht windows oder windows oder sub application sondern android stehen habt dann hier wie gesagt das hier muss übereinstimmen und das habe ich ja vorhin auch alles erklärt ja und dann steht dem ganzen eigentlich nichts mehr im wege dann macht ihr das und wenn ihr mit dem ergebnis zufrieden seite dann erstellt ihr einfach hier eure applikation und schickt die dann auf ihr handy oder wenn ihr sagt okay es ist fertig so soll das ganze sein dann geht ihr hier unten auf den release mode und geht dann auf bild application und jetzt könnt ihr dann sagen okay ich will dieses hier haben und gibt den name ein jetzt ja Wenn ihr noch irgendwelche... Und wenn ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Gut, ich hoffe mal, es gibt jetzt keine großen Lücken im Video. Denn wie gesagt, mein Fraps spinnt ja abends rum wegen dem zweiten Monitor. Jetzt sehe ich auch gerade, dass auf meinem zweiten Bildschirm unten mein Fraps-Logo die FPS-Zahl steht. Obwohl auf dem Monitor gar nichts passiert. Es passiert ja alles nur hier. Ja, und dann war es das jetzt für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen, ein Abo. Wie auch immer. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal und alle...